Nein, ich hab jetzt keine Zeit. Nein, weil ich einen Trailer mache. Ich ruf zurück. Also, Gregor, was ist das jetzt für ein Film? Raus damit. Das ist die neue Komödie von Quentin Dupieux. Wer ist das? Weiß ich nicht. Könnte das der Regisseur sein? Ja, möglich. Worum geht's? Ein Polizist verhört einen Verdächtigen und es geht an viele Schiff. Gibt es Tote? Ja. Der Film heißt? Die Wache. Die Wache. Die neue Komödie von Quentin Dupieux. Genau. Dupieux mit Gregor Ludipe. Abends. Benoit Paulfort. Marc Frazer. Anaïs de Moustier, Philippe Duquen und vielen anderen amüsanten Schauspielern. Sehr amüsanten. Genau. Ah, amüsant. Bald in Ihrem Kino. Ganz genau, in Ihrem Kino. beTim Mahal. Up Arbeit. Hi. Hallo. Babylon神, Inzus Innovation. Es machtoubt." abajoCO Nun. ox Citian.